Musik Wie oft willst du das noch sagen? Hallo, wo bist du? Bist du auch bei Juno? Du kommst gerade rein, ey. Immer wenn du das sagst, das klingt so pervers. Das war der Witz. Okay, äh. Alter. Black Fighter. Ähm. Wie viele Panther muss ich noch jagen? Vier. Alter, die Mock von mir ist so laut. So. Ja, lauter, klar. So. Das ist voll cool. Ey, wir müssen wieder die Gruppe gründen. Wir sind... Oder wenn du anderen kommst, wird's... Naja. Na, wo bist du? Wo bist du, Alter? Einmal gucken, vielleicht kannst du das einkaufen. Ähm. Suche das Item, womit man... 120 wird. Melden. Klar, Alter. Ey, ein Schattenprichter. Tiermarkt. Kann man hier einen Trager neu kaufen. Yeah, man. Baby Eisbär. Das ist nur ein Eisbär. Ja, aber seit wann gibt's Eisbär? Ich hab' nicht genügend Geld dafür. 45 Millionen. Wo bist du? Ach du, Dings, also du kämpfst schon gegen Panther. Das geht voraus, dass das stört. Oh, nehm. Dann bleibt sie. Ja. Sieht's, Alter. Sieht's. Ach, nee, Alter. Wenn ich mich rollen. Ah, ahm. Ich hab die anders. Klar, Alter. Alter. Oh, falsche Muck. Fuck. Fail. Warte. Yeah. Wo bist du? So, ich bin jetzt am Tor. Wo bist du? Alter. Alter. Nein, Alter. Level 100er-Typ ist grad hier so'n Boss. Wow. Wow. Ja, willst du? Ja. Ja, klar. Ey, yo. Du wolltest ja was sagen wegen dem Server. Ey, das ist irgendwie... Ach, fuck, ey. Situ ist doch das, wo die Wölfe sind, oder? Ach, ich geh'n Nord-Tor, Alter. Oh, war's doch echt. Hä, wo... Bin ich überhaupt Süden und Norden? Ja, ich war unten. Also, ich bin grad unten. Naja. Naja. Alter. Ja, schau dich mal. Treffen wir uns einfach in der Mitte. Wo bist du? Ja, hier, Wölfe. Bist du da? Du bist grad bei den Wölfen. Dann komm ich dir mal entgegen. Jetzt muss ich gleich einen Gaylord zu sehen bekommen. Wo bist du? Oh, dann dachte ich... Oh, Alter. Ey, Gaylord. Ich bin jetzt in der Mitte. Zur Stadt. Guck, da steht einmal nur die Noobs an, Alter. Da bin ich ja hier der King da. Guck. Guck, Alter. Ja, Monster. War auch offiziell, ja. Ja, bist du ja hinter mir genau. In der Mitte. Der King bin ich ja hier, Alter. Du wirst wohl kennen, wo der King ist. Du willst, du willst mega leck, klar. Hier, du bist hinter mir. Der King hier bin ich. Ja, King. Das gibt's wohl, Alter. Der King oder die ganzen Noobs. Guck, Alter. Die sind alles nur Noobs. Die Level 1 Noobs. Ich bin hier schon Level 9, Alter. Level 9. Ja, Mann. So, gut. Auf zu Pandas. Was? Wieso? Schatzkiste. Schatzkiste. Nix. Ah, Sch... Jö, keine Ahnung. Braumeister. Bauer. Du bist auch so ein Bauer. Ich geh mal Panthos jagen. Okay. Deine Oma. Alter, was ist denn das? Schlammgeist. War ein Witz. Ähm. Panther. Bam. Pew, pew. 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 Tot. Ich bin King, Alter. Ich bin der King. Ich kämpfe gar gegen zwei Panthers. Pew, 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 pew. Boah, selbst. Ich habe noch nicht nachgeguckt, was die Messe vom Panther ist. Pew, pew. Pew, pew. Pew, pew. Level 10. Ähm. Hasst du schon deine Statuspunkte verteilt? Pew, 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 pew. Pew, pew, pew. Pew, pew. Pew, 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 pew. Zurück zur Stadt. Weil du ein Opfer bist. Hätte dir das deine Mutter nicht gesagt? Hintergrundgeräusche. Ja klar, Titanhelm, was hab ich noch? Schriftrolle, Schatzkarte. Ach du, du hast ja grad... Ja klar, Alter. Also neben mir und wenn schon. Na jetzt, Alter. Hab ich grad dumm gemacht? Schatzkarte, ich hab keinen Trank mehr. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Oh nee, Alter, ich muss noch weiter. Nee. Oben, ja. Links, rechts, rechts. Sorry. Na, rechts. Ja, genau. Ich hab schon 10 Pandus gekillt. Und ein? Hä? Sinnlos, ey. Bäm. Ähm. Ähm. Verkaufen. Das kann ich verkaufen. Bäm. Weg damit. Das kannst du noch verkaufen. Schriftrolle der Rückkehr. Ne. Schatzkarte. Ne. Juno. Nein. Das kannst du verkaufen. Ähm. Wozu brauchst du einen Schlüssel? Oh du kurz. Oh du kurz. Oh du kurz. Oh du kurz. Ich bin gar nicht da. Mal gucken. Inventar. Mit diesem Schlüssel kannst du eine. Was? Achso. Achso. Ich wollte gerade verloren. Achso. Ja. Aber die Hölzer. Nein. Inventar. Ne. Lecker. Was? Na hoch. estaba. G boilene. Was? Achso. Wenn das jetzt? No. Na ja. Da wir jetzt gerade. Einen kostenfreies. Emm. M Conf. Hab's gerade gesagt. Da wir gerade ein kostenfreies. kastenfreies MMORPG spielen, kennt ihr auch unsere Zuschauer, also ihr, ihr Noobs, ihr Kiddies, nein. Und mitspielen, genau. Und ja, wir sind gerade auf dem Server regellos und ihr könnt gerne uns beitreten und wir können dann einen Clan gründen. Warte, guck, ich hab grad die Quest beendet mit der Panther-Kette. Und jetzt geh ich dorthin und da ist noch eine Quest mit einer Panther-Kralle. Kack. Na, so ein Bullshit. Fähigkeit erlernen, veredeln, was ist denn veredeln? Ich kauf mir... Kaufen. Kaufen. Kauf mir eine neue Waffe. Ich hab mir eine neue Waffe gekauft, Alter. Was? Alter, was soll denn das? Wo, 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 wo? Boden auf dem Boden, wo bist du? Ich verarschen was, wo bist du? Wo bist du? Alter, du... Scheiß Klaus-Schwein. Das war mein Drachenheim. Alter, wo bist du? Das war mein Drachenheim. Das war mein Drachenheim. Das war mein Drachenheim. Das war mein Drachenheimheim. Wo ist denn... Ja, ich bekomme gleich auch was. Keine Ahnung. Hen. Ich habe nur eine scheiß Kette bekommen, Alter. Han. Heldenhalskette. Stärke 4, Geschicklichkeit plus 4, Intelligenz plus 4. Wieso brauchst du Intelligenz? Ne, ich war nicht so ernst. Wirklich, Alter. Alter, und der hat dir ein Drachenei geschenkt. Verarscht, und mir gibt es nur so eine schwule Kette. Alter, ja. Wie kannst du jetzt ein Ei schlüpfen lassen? Ja. Auskunft. Ähm, Drachenei, keine Ahnung. Also, jetzt machst du dich auch das Level. Ich bin jetzt auch dorthin. Ich folg dir, Alter, warte. Ja. Jetzt haben wir mal zeitgleich einen Lag. Scheiß, sauber. Infection, Mann. Lag. Was musst du machen? Wo bist du? Ah, wo ist ein Anjan? Ah, hier. Anjan. Besiege den Balrog. Straya-Tempel. Wow. Du bist nicht da. Genau. Ja, ich bin auch weg. Wow, Tor öffnet sich. Wow, was passiert denn jetzt? Hast du jetzt auch so eine Filmsequenz? Wow, wow, Zombies, Zombies, Zombies. Knopfensalder, Alter. Level 13. Der ist Level 13. Alter, ich sterbe. Viel zu viele Untote hier. Noch ein Knochenzoldat, Alter. Ja? Ich schaff doch mal weg. Trank, Trank. Noch ein... Wow. Wow, wow, wow. Das sind viel zu viele. Alter, das sind noch viel zu viele. Ich bin gestorben. Alter, nee. Nee, ich glaube, unser Level ist zu kacke. Ja, eine kacke ist kacke. Wo bist du? Anja? Ähm. Hä, was denn? Wo bist du? Wo bist du? Wieso responst du nicht in Juno? Wo bist du dann? Ach, wir sind wieder... Ach, nee, wir sind wieder in keiner Gruppe. Das ist doch kacke. Können wir keinen Clan gründen jetzt? Wieso? Ja, ich weiß, aber trotzdem. Wo bist du? Wo ist Anja? Meister der... Der, 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 der... Ey, wo ist Meister der Ritter? Klar, Alter, es gibt jeden Meister, aber auch so meinen. Meister der Magier, Meister der Schotten... Meister der Ritter. Äh, gefunden. Nee, Alter, da waren tausende Level 13, ey. Wollen wir uns irgendwann auch einen Meister suchen? Ich auch. Ich war... Ich war mein eigener Meister. Ach, du bist dort. Hi, Gellort. Vielleicht musst du aufleveln und nachbekommst erst deinen Tracht. Klar, Alter, mein... Wie ist es zum Teleporter? Mit... Mit dem Drachen? Ja, klar, Meister, der Ritter ist am Arsch der Welt, ne? Fischkeit lernen. Rumschlag. Äh, rundumschlag ist es. Rüstung zu erreichen. Kausch mir. Lernen. Lernen. Erlernen. So, wo kann ich jetzt meine Skills eindingsen? Geh, hier. Ähm. Passiv. Passiv. Hä, und wie kann ich passive Fähigkeiten einsetzen? Und die sind... Dauerhaft. Ja. Ah. So. Ja, wie denn das? Wie denn das? Wo bist du denn hingegangen? Wo bist du denn hingegangen? Wie hast du das geschafft? Der verschwundene Arche-Nobo. Okay. Nach... Nein, du bist schwul. I, John, nein. Nein. Nach Techno, wo bist du? Ich will dir noch einen zweiten... Ja. Alter, mein Computer ist übens laut. Ja, klar. Okay, ich muss wieder mal betteln. Okay, ich muss wieder mal betteln. Ich muss wieder mal betteln. Das ist eine erste Zeit. Ich muss wieder mal betteln. Ich muss wieder mal betteln. Ich muss wieder mal betteln. Ja, aber den habe ich abgelegt. Ich brauche kein Schild. Trinken. Wie will niemand ein Drachenhafer schenken? Fick ich. Wann beenden wir unser zweites, also Part 2, wann beenden wir das? Part 2, wann beenden wir das? Ey Lord Devil, will mir ein geschenken? Part 2, wann beenden wir das? Komm schon, Lord Devil. Komm schon, Lord Devil. Schenk mir ein Ei, schenk mir ein Ei. Wo ist denn das Lager? Wo ist denn die? Wo ist denn die? Lager, 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 Lager. Lager, Lager, Lager... Lager... Lagerhüterin gefunden. Lagerhüterin. Oh, ein schöner Drachenei. Oh, alter Lagerhüterin. Ich mach's schon Messer. Lagerhüterin. Ich weiß. Lagerhüterin. Komm schon, Drachenei. Drachenei. Bereit. Handeln. Hüterin. 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 Also, das ist nicht so nett. Ich habe gerade gesagt, wir machen Netzbay und so. So, ich habe jetzt auch noch neue Wohnmuss jetzt hingehen. Ey, jemand will mit Schläfe. Mit Effektiv, Alter. Das ist evilskyl. Alter. Alter. Alter, nein. Nein. Ah. Bye, 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 bye. Ich sage schon nicht. Was ist ein Pyra? Super. Okay, ich bin bei der Lagerhüterin. Jemand will mich zur Pyramide rufen. Na, wie kann ich das? Ey, der will mein Meister sein. Wie kann ich den Meister machen? Ja, wie ist das System? Ja, wie geht das? System. Ja, wie geht das? Geld. Und dann? Mal gucken. Was ist denn effektiv? Was ist denn effektiv? Ja. 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 Ich bin sein Lehrling. Ich bin ein bisschen nach oben. Ach ja. Cash? Cash? Ja. Mal gucken, ob du auch einen Clown hast. Ach ja. Hey. Okay. Wie geht das wieder? K? Ja. Mann, du bist live bei einem Let's Play. Gilde beitreten. Ja. Ja. Du trittst in die Gilde. Ja, Mann. Number one. Guck dir das an. Ja. 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 Was haben wir jetzt? Ja. Was haben wir jetzt? Ja. 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 Was ist denn? Ich hab den Königin. Fuck you. Ja. Das wird auch wenn ich auch wieder nicht. Technos Drachling. Kann man den auch irgendwie benennen? Wie denn das? Wie denn das? Cash? Achso. Was macht denn der Tibia jetzt? Das hat er gar nicht. Ja. Ah, ja. Ja. Haha, dafür braucht er zwei. Jetzt. Jetzt werde ich mal kämpfen. Jetzt werde ich mal beeindrucken hier. Mach witz. Naruto, rasenka! Ja. Ich weiß je. Hä bei mir. Oh ja, ich hoffe, dass das immer compassionable ist. um krank hier wo ist ein Scheintracher das ist jetzt erst so klein die leveln ja übelst langsam na klar ey wieso lassen die Monster nix übrig so ich muss aber gleich offline das baden gehen ja wir haben keine Geschwindigkeit zu tanken oh ja was sollen wir damit tun wir können das speichern ja 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 ja